guten tag es geht direkt weiter mit ausgewogenheit und mäßigung das auch mal herstellen ok und noch mal was so schön war das schöne ist es ist ja überhaupt nicht schwer muss einfach nur ja richtig treffen mehr ist das ja gar nicht erledigt haben wir schon wieder alle drei bekommen so jetzt hätten wir die möglichkeit neunmal zu machen so erstmal gibt es für immer unsere belohnung so würze anwenden kannst du auf irgendein rezept kannst du das anwenden das ganze und dann gibt man das nachher in die kanne aber das wie gesagt das machen wir dann wenn wir den letzten tag haben war ich jetzt meine meine idee aber wir gucken an der kanne nach ich weiß nämlich nicht jetzt auswendig wenig da es habe was gut ist wir können auch in der kanne denn sonst alles herstellen das ist ja auch nicht verkehrt gucken wir nach ob man jetzt einfach irgendein essen die man geben kann oder ob das schon so ein also ein besonderes gericht sein soll aber ich glaube das geht es ist egal welches man gibt hauptsache man gibt das halt eine person aber wäre natürlich von vorteil wenn es auch gleich der person gibt die halt ein besonderes gericht hat würde ich jetzt sagen so wen haben wir denn jetzt drinnen ja nehmen wir doch mal die ohne nehmen wir mal die ohne so die ohne wird doch bestimmt ein besonderes gericht haben würde ich jetzt mal sagen und dass ich mal jetzt schnell die einladen nicht hier zu breiten so gut ich suche das mal schnell und dann seht ihr es gleich also wenn ich das richtig sehe wäre jetzt gegilter fischspieß wäre jetzt ihres wahl figurenbonus du hältst erhältst mit etwas glück besondere gerichte stellt bei der perfekten zubereitung eines gerichts mit 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 wiederherstellung wiederherstellung funktionen mit einer wahrscheinlichkeit von zwölf prozent in zwei von ertrag wiederher so auf jeden fall besonderes glück mit besonders glück das habe ich gar nicht so wenn man zum beispiel jetzt hier guckt das nehmen wir einfach das erste hier so schlimm wenn die einfach so reden obwohl du hier gerade mit dem beschäftigt ist moment mal ich gehe ich gehe mal woanders hin so dann stellen wir das mal automatisch her nehmen wir einfach mal sagen wir mal 20 tada also lecker gegrillte fischspieß verträgt sich nicht mit alkohol da die jonas spitzar zubereitung und das ist hier auch die jonas spitzar zubereitung moment mal hier ist es nicht was ist denn 10 prozent lp und 150 lp dasselbe warum ist der eine alleine ich jetzt habe ich angeblich sechster okay wir machen das noch mal einfach noch mal 20 wir können es ja kommen wir auch jetzt einfach nur 30 wir wollen ein paar mehr von diesen besonderen haben jawohl jetzt hier ach das sind die zusätzlichen jetzt habe ich es verstanden so jetzt haben wir von denen 15 stück das sollte erst mal reichen gut dann nehmen wir jetzt hier die die würze moment mal es gehen auch nur diese gerichte warum also die besonderen kann ich gerade gar nicht benutzen ja okay machen wir dann so jetzt ist das duftende okay und das muss auch einzeln machen dann schade dass das nicht der besondere da geht ach so ach so so kann man es auch machen jetzt verstehe ich so ja so macht 150 hp und ja das ist einfach nur duftender fischspieß okay so jetzt haben wir die hergestellt jetzt gehen wir nochmal in die kanne so dann müssen wir jetzt nur die jonah mal aufsuchen die die wird da irgendwo rumstehen ne das ist story schön auch mit dem aquarium hier ne ne leila da müssen die ohne obwohl hier wäre noch ein raum da steht sie ja so diona das war schnüffeln so bitte probier das so geben abliefern also sie sagt immer dasselbe man kann natürlich noch das ganze gespräch hier mit ihr machen aber ja also das kannst du jetzt hier die ganze geben oder gehen wir jetzt hierhin so bitte probier das also ist eigentlich glaube ich egal kann es geben wenn du das willst es geht einfach die französse pio ja gut dann wissen wir das belohnung haben wir die geholt ja die haben wir geholt ja dann danke euch fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder wenn das nächste rezept gekocht wird bis dann